Wirklich niemand entwickelt seinen SQF-Code direkt in Arma 3, außer vielleicht bei kleineren Code-Snippets. Wir greifen lieber zu Notepad++, darin haben wir eine sehr gute Unterstützung für Autovervollständigung und SQF-Syntax-Highlighting. Oder bei größeren Projekten und Mods greifen wir lieber gleich zu Visual Studio Code. Darin bekommen wir eine Unterstützung für Git-Repositories und haben diverse Komfortfunktionen einer Entwicklungsumgebung. Wie gesagt, es wäre verrückt, direkt in Arma 3 diesen Versuch zu starten. Wir haben dort eine Debug-Konsole und sie ist genau das, eine Debug-Konsole, mehr eben auch nicht. Ich kann darin ein paar Ideen und meinen Code testen, aber mir fehlen viele Quality-of-Life-Funktionen und ich bin schnell genervt. Also wechsle ich schnell zurück in meine Entwicklungsumgebung, nehme meine Anpassungen vor und teste sie erneut in Arma 3. Aber was wäre, wenn es doch ginge, zumindest ansatzweise? Wenn ich komfortabel mit langen Skripten und mehreren Dateien gleichzeitig hantieren könnte und auf keine meiner Komfortfunktionen verzichten müsste? Ja, dann sieht das Ganze schon wieder anders aus. Darum lasst uns heute einen Blick auf die Advanced Developer Tools werfen, die Missionsbauern und Entwicklern das Leben erleichtern sollen. Der Mod ersetzt und ergänzt viele Vanilla Arma-Funktionen und ich persönlich möchte bei der Entwicklung meines Mods nicht mehr darauf verzichten müssen. Hier sind meine Top 5, die mich von den Advanced Developer Tools überzeugt haben. Ich bin Sebastian, willkommen zurück bei Instant Arma. Das wichtigste In-Game-Entwicklungstool in Vanilla Arma dürfte die Debug-Konsole sein, die ihr über das Escape-Menü erreicht. Hier könnt ihr zum Beispiel eure SQF-Code-Snippets testen. Leider ist das Eingabefeld sehr klein, weswegen der Umgang mit längeren Skripten schwerfällt. Neben dem Eingabefeld bietet die Debug-Konsole die Möglichkeit, die Ausführungsdauer des Code-Snippets zu analysieren oder zu entscheiden, wo das Skript ausgeführt wird, ob auf dem Server, lokal oder überall. Mehr ist an dieser Stelle nicht möglich. Die Debug-Konsole unterstützt bereits Autovervollständigung und Informationen per Mouse-Over, aber nur in reduzierter Form. Zwei eher versteckte Links oben rechts führen zur externen Dokumentation im Arma3-Wiki bzw. ins BI-Forum. Direkt hier in Arma3 seine Skripte zu entwickeln, ist eher mühselig und man weicht besser gleich auf einen externen Editor oder eine externe Entwicklungsumgebung aus. Beliebt sind heute Notepad++ und das Visual Studio Code für die Entwicklung mit SQF. Hier in der Debug-Konsole testet man eigentlich nur noch das Ergebnis und nimmt kleine Anpassungen vor. Hat man Ace 3 als Mod mitgeladen, werden die Möglichkeiten bereits deutlich aufgebohrt. Das Eingabefeld ist nun erheblich größer und speichert auch eine Historie aller Ausführungen, um auf frühe Versionen zurückgreifen zu können. Das sind jedoch nur kleine Verbesserungen, aber noch nicht der große Wurf, wenn man die Komfortfunktion einer Entwicklungsumgebung gewohnt ist. Ganz anders sieht die Debug-Konsole in den Advanced Developer Tools aus. Sie bildet das Herzstück dieses Mods. Lasst uns auf einige Aspekte eingehen. Erst einmal sind alle Fenster in den Advanced Developer Tools in ihrer Größe und Position veränderlich. Das erleichtert deutlich das Handling und auch der Umgang mit großen Skripten ist dann kein Problem mehr. Viele Fenster lassen sich zudem parallel öffnen, verschieben und skalieren. So hat man stets alle Informationen, die man benötigt. Außerdem werden im Editor Zeilnummern angezeigt und das Fenster hat horizontale und vertikale Scrollbalken. Das erleichtert die Navigation innerhalb der Skripte und umbricht nicht unnötig längere Zeilen. Einrückungen sind jetzt besser nachzuvollziehen, da Tabs dargestellt werden und auch selbst verwendet werden können, um zum Beispiel Funktionsblöcke einzurücken. Ihr könnt in mehreren Skripten gleichzeitig arbeiten. Über die Tab-Funktion lassen sich viele Skripte parallel nutzen und unter eigenen Namen abspeichern, schließen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufrufen. So können nützliche Snippets immer wieder verwendet werden. Die Debug-Konsole verfügt jetzt über ein Syntax-Highlighting. Das erhöht die Lesbarkeit der SQF-Skripte enorm und hilft, Syntax-Fehler zu entdecken. Überhaupt ist das gesamte Theme des Mods anpassbar, inklusive des Syntax-Highlightings zum Beispiel im Look von Visual Studio Code oder Discord. Es sind aber auch individuelle Anpassungen möglich. Die Auto-Vervollständigung unterstützt jetzt auch den Zugriff auf eine Auswahlliste und erleichtert so den Zugriff auf die gewünschten Kommandos. Die Debug-Konsole in den Advanced Developer Tools unterstützt auch Prä-Prozessor-Kommandos wie Define, IfDev oder Include. So müssen Skripte zum Testen nicht nochmal angepasst werden, bevor sie in der Debug-Konsole verwendet werden können. Das ist eine nicht zu unterschätzende Funktion, gerade wenn man in der Mod-Entwicklung eine Funktion direkt aus dem Mod öffnet und in dieser Funktion Prä-Prozessor-Kommandos verwendet werden. Eine Suchen- und Ersetzen-Funktion ist auch vorhanden und unterstützt sogar reguläre Ausdrücke. Ohne Suchen und Ersetzen könnte ich in meinen Skripten kaum arbeiten. Eine umfangreiche Hilfe unterstützt bei der Verwendung der AMA3-Befehle. Ist der Cursor am Ende eines erkannten Befehls, werden zusätzliche Informationen eingeblendet. Nun kann man F1 drücken und erhält umfangreiche Informationen zum Skriptbefehl, den Parametern etc. Aus der Hilfeseite heraus lässt sich außerdem direkt in den passenden Artikel im AMA3-Wiki springen. Sollte euer Skript Parameter verarbeiten, können diese direkt über ein Parameterfeld angegeben werden. Das funktioniert sowohl für einen Einzelparameter als auch für ein Array aus Parametern. Wenn ihr das Skript ausführen wollt, könnt ihr für die lokale Ausführung zwischen Scheduled und Unscheduled wählen. Gerade die Ausführung über den Scheduler kann nützlich sein, da zum Beispiel Befehle wie das Sleep-Kommando nur Scheduled funktionieren. Die Vanilla-Debug-Konsole führt im Gegensatz dazu stets Unscheduled aus. Natürlich kann auch hier die Ausführung auf dem Server oder global getriggert werden. Interessant ist aber, dass man hier gleich ein bestimmtes Ziel per Remote Exec angeben kann, zum Beispiel einen bestimmten Client oder überall außer auf dem Server. Eine Ausführungshistorie lässt euch auf frühere Versionen und Skripte zugreifen. Es ist nicht wichtig, ob ihr irgendetwas gespeichert habt. Hier findet ihr, was ihr sucht, fein säuberlich nach Datum sortiert. Falls ihr es einmal ausgeführt habt, wird es hier gespeichert. Über eine integrierte Suche findet sich schnell das gesuchte Snippet. Wollt ihr Skripte nicht per Copy & Paste aus eurem Quellcode in die Debug-Konsole holen, könnt ihr Funktionen und Skripte direkt aus der Debug-Konsole heraus öffnen und bearbeiten. Das gilt für alle Skripte, die Bestandteil von Mods oder Arma selbst sind. Auch hier stehen mächtige Suchfunktionen zur Verfügung oder ihr gebt den direkten Pfad zum Skript an. Ein eingebauter Debugger namens IntelliSys prüft permanent euren Code auf Fehler und listet sie mit den entsprechenden Zeilennummern auf. Im Editor werden die Fehlerstellen zusätzlich markiert. So fallen Syntaxfehler bereits während des Entwurfs auf. Ihr seht also, die Debug-Konsole aus den Advanced Developer Tools ist der Vanilla-Debug-Konsole deutlich überlegen und kann euch viel Zeit und Nerven sparen. Zudem dürfte der Bedienungsansatz den meisten vertraut sein und einen schnellen Einstieg ermöglichen. Aus Vanilla-Arma kennen wir bereits die vier Felder unter der Debug-Konsole. Sie ermöglichen uns, Variablen oder Ausdrücke permanent zu beobachten, indem die Resultate kontinuierlich ausgewertet und ausgegeben werden. Nachteil hierbei ist, dass wir auf vier Werte begrenzt sind und das Escape-Menü öffnen müssen, um uns den Wert anschauen zu können. ACE3 hat an dieser Mechanik meines Wissens nach auch keine weiteren Veränderungen vorgenommen. Ein Pendant dieser Funktionen finden wir auch in den Advanced Developer Tools. Vordergründig tut diese Funktion genau dasselbe. Sie wertet dauerhaft Ausdrücke aus und liefert uns das Ergebnis. Neu ist, dass wir diese Werte festpinnen können. Damit werden die Ergebnisse auch außerhalb des Escape-Menüs ingame am linken Bildschirmrand angezeigt. Für die Darstellung kann zudem die Farbe angepasst werden. Hier ein paar Beispiele mit der Auswertung der aktuellen Position, Richtung und Entfernung des Spielers. Neben der Beobachtungsfunktion für Ausdrücke gibt es auch eine sehr mächtige Zeichnenfunktion. Hiermit lassen sich leicht 3D- und 2D-Marker für Positions- oder Pfadvisualisierung darstellen, ohne sich über den Code hierfür Gedanken machen zu müssen. In einem Interface definiert man nur die Darstellungsoptionen wie zum Beispiel Farbe und Form der Marker bzw. Klassenname des 3D-Objekts und ob Linien zwischen den einzelnen Punkten gezeichnet werden sollen. Anschließend kann man über sein eigenes Skript Positionen und Pfadverläufe darstellen, indem man zu der definierten globalen Array-Variable mit dem Pushback-Befehl weitere Array-Elemente hinzufügt. Das Darstellen der Objekte, Linien, Punkte und Texte in der 3D-Welt oder auf der Map übernehmen dann die Advanced Developer Tools. Ich halte diese Funktion für sehr mächtig. Da sie etwas versteckt ist und ihre Funktionsweise nicht gerade auf der Hand liegt, ist sie eventuell etwas wenig beachtet und unterschätzt. Ich sehe darin jedoch großes Potenzial für die eigenen Entwicklungen, zum Beispiel im Bereich KI-Pathfinding oder ähnliches. Der Vanilla-Armer Config-Viewer und ich, das ist eine Hassliebe. Ohne geht es nicht, aber mit geht es auch nicht. Man muss schon wissen, was man sucht und dann eine gefühlt unendliche Liste durchscrollen. Jeder Klick auf einen Eintrag führt dazu, dass die Config noch einmal neu geladen werden muss. Eine mühselige Arbeit, die man versucht dringend zu vermeiden. Auch hier hilft uns ACE3 nicht weiter. Wir müssen schon auf die Advanced Developer Tools zurückgreifen. Bei der Benutzung des Config-Viewers in den Advanced Developer Tools fällt auf, dass es keine Ladezeiten gibt. Man kann schnell und einfach durch die Config navigieren. Es steht eine globale Suche zur Verfügung, zumindest was die Klassennamen angeht. Zusätzlich gibt es eine erweiterte Suche, die differenziert nach Namen oder Werten innerhalb der Konfiguration suchen lässt, auch über mehrere Klassen hinweg. Wir können uns in einer gesonderten Darstellung die Vererbung der Klassen ansehen und so auch zwischen den verschiedenen Klassen navigieren. Mit einer Lesezeichen-Funktion, die ich sehr lieb gewonnen habe, lassen sich häufig genutzte Klassen speichern und leicht wieder aufrufen. Zusätzlich wird uns angezeigt, aus welchem Add-on die Klasse stammt. In Vanilla Armor sehen wir nur die Klassenvererbung. Alle Datentypen im Config-Viewer lassen sich doppelklicken, um die Daten darin anzuzeigen. Zu beachten ist, dass zum Beispiel Bilder bzw. Texturen und 3D-Modelle direkt in einem Fenster dargestellt werden. 3D-Modelle lassen sich von allen Seiten betrachten. Der Vanilla Function Viewer lässt uns zwar Funktionen anzeigen, aber mehr auch nicht. Es gibt kein Syntax-Highlighting, keine Einrückung, keine Suche, kein gar nichts. Bisher tat man gut daran, sich Funktionen in einem externen Editor anzuschauen. Mit geladenem ACE3 sah das auch nicht anders aus. Und jetzt kommen die Advanced Developer Tools. Über einen sinnvollen Tree View, der sich nach den internen logischen Faden der Add-ons und Mods orientiert, können die Funktionen leicht durchstöbert werden. Sowohl der Tree View als auch der Function Viewer selbst haben eine Suchfunktion. Es gibt Syntax-Highlighting, Einrückungen und Zeilennummern. Man kann sogar eine gefundene Funktion zum direkten Bearbeiten in die Debug-Konsole übernehmen. Leider ist die Darstellung für Funktionen aus Mods nicht optimal. Hier fehlt die richtige Einrückung und Kommentare sind auch nicht mehr vorhanden. Aber immerhin, ich denke mit diesem Function Viewer ist man grundsätzlich besser bedient. Es gibt in den AMA3 Developer Tools ein sogenanntes magisches Wort. Dieses magische Wort kann in vielen Texteingabefeldern verwendet werden, wie zum Beispiel in Init-Feldern im Eden-Editor. Es öffnet sich daraufhin die Debug-Konsole und man kann den Text innerhalb des Textfeldes mit dem Komfort der Debug-Konsole bearbeiten und wieder speichern. Darüber hinaus kann man auch gleich auf alle anderen Funktionen der Advanced Developer Tools zugreifen. Probiert es einfach mal aus. Das Magic Word lautet Debug ohne großes E. Ich hoffe, ich konnte eure Neugier wecken. Vielleicht verkürzt sich mit den Advanced Developer Tools für den einen oder anderen auch die Entwicklungszeit, weil er länger in AMA bleiben kann und nicht so häufig in die Entwicklungsumgebung zurückwechseln muss. Einen Ersatz für zum Beispiel Visual Studio Code können die Advanced Developer Tools nicht sein. Dafür fehlt schlicht die Unterstützung für Git-Repositories, die vermutlich in AMA so auch nicht umsetzbar wären. Schaut euch den Mod trotzdem einmal an. Ich denke, er hat vieles zu bieten. Es lohnt sich vor allem ein Blick in die Mod-Settings und in die ausführliche PDF-Anleitung, die sich im Mod-Ordner befindet. Schreibt mir gern eure Entdeckungen in die Kommentare. Ich lerne auch gern noch was dazu. Leider bietet der Entwickler seinen Mod aktuell nur über den Steam Workshop an. Es gibt zwar ein Git-Repository, aber nur für die Lokalisierung des Mods. Ich würde mir wünschen, dass er sein Repo für den Mod veröffentlicht und auch Pull-Requests erlaubt. Schließlich sind diejenigen, die diesen Mod nutzen, typischerweise Entwickler, und könnten einiges an Verbesserungsvorschlägen einreichen. Außerdem wäre ein Discord-Server hilfreich, um einfacher mit dem Entwickler Leopard20 zu kommunizieren. Vielleicht ändert er hier noch einmal seine Meinung. So, das war's für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gern ein Abo da und besucht mich auf meinem Discord. Vielen Dank auch an meine Unterstützer bei Patreon und Steady. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!